So meine lieben Freunde, Hallöchen, Pupplöchen und herzlich willkommen erstmal auf meinem Kanal. Folgendermaßen, warum ich zu euch spreche ohne irgendwelche Games oder sowas, ist folgendermaßen und zwar zwei Sachen. Deswegen mal gucken, ob das eine rechtzeitig kommt. Erstens wollte ich einfach mal Hi sagen und mit euch mal so ein bisschen quatschen und allem drum und dran. Und zweitens wollte ich zwei Ankündigungen machen. Dann erstens wollte ich gerne mal unter diesem Video so wissen, wie ihr das mit diesen Gothic 2 Let's Plays so findet. Beziehungsweise speziell diese ab und zu diese Premieren, die wir miteinander so einigermaßen genießen können. Und uns da so ein bisschen unterhalten können, wie ihr das so findet aktuell. Das ist auch das Let's Play, was ich aktuell so ein bisschen jetzt fertig spiele. Und bin aber auch schon am gucken, ob ich mir ein neues Spiel raussuche, was ich dann auch wirklich zu Ende spielen werde. Und zweitens wird morgen, ich nehme an, so gegen 18 Uhr ein Stream rauskommen. Das wäre ganz cool, wenn ihr da reinschalten würdet. Sprich, Freitag um der 23. August. Und zwar hatte ich da den Robben und den Marcel gefragt. Die kennt ihr ja beide schon. Die kommen ja jetzt immer öfters vorbei. Und also ab und zu mal. Und dann zocken wir so gemeinsam, auch im Stream so ein bisschen. Folgendermaßen. Und zwar der Robben ist erkrankt. Das bedeutet, der kann leider nicht. Da gute Besserung nochmal an ihn. Und der Marcel wird morgen kommen, aber um wie viel Uhr ist noch nicht ganz sicher. Aber ich denke mal, so gegen 17, 18 Uhr könnten wir so, oder 18, ja, so zwischen 17 und 19 Uhr könnten wir dann starten. Das bedeutet so in etwa, was werden wir machen? Wir werden auf jeden Fall Resident Evil 6 entweder weiterspielen oder von vorne anfangen. Und zwar die Chris Redfield Kampagne. Deswegen gibt es da auch so ein interessantes GIF auf der Seite. Da werden wir jetzt... Ich weiß nicht, wie die Energie halt so ist. Aber ich hatte schon vor, wenn wir dann halt zocken, dann zocken wir die Razzy 6 Kampagne komplett durch. Das wäre cool, wenn ihr da reinschalten würdet. Und auf der zweiten Seite, warum sehe ich halt so aus und irgendwie so ein bisschen hier im Gammellook. Erstens, das Wetter draußen ist absolut geil. Und ich muss sagen, ich werde jetzt, es ist jetzt, ja, es ist schon fast 16 Uhr. Das bedeutet, was ich jetzt machen werde, ist, zweite Sache, beziehungsweise, was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt nochmal rausgehen, ein bisschen die Sonne genießen, nochmal ins Fitnessstudio gehen, wie die letzten drei, zwei Tage. Und dann habe ich irgendwie Bock, wie gesagt, die Premiere heute Abend, gibt es eine Gothic 2 Premiere, Ende der Drachenjagd müsste das sein. und da werde ich, das müsste Part 88 sein, Part 89 kommt morgen raus. Und da möchte ich natürlich auf jeden Fall dabei sein, falls jemand mit mir quatschen will oder sonst was, können wir das gerne tun. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr reinschalten würdet und ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dahin, Leute, macht's gut, Tschüssi Kowski! Tschüssi Kowski! Vielen Dank.